Ah ok immer da oh da fühlt sich jemand animiert dadurch dass ich gesungen habe wir haben keine ok Wollen wir weit springen? Oder wie ist das? Du brauchst nicht zu weinen. Ich glaube, ich muss eher weinen. Oh, aber wir haben hier Schrock, ey. Das Spiel soll zwei Stunden dauern. Ja, bei dem Tim. Oh, in dem ich laufen kann, kein Wunder. Hallo? Das ist Mälder. Oh, hi, Hasi. Ihr bösen Hasen immer. Was ist denn da im Arm? Gib mir das mal. Damals waren sie noch in Sicherheit. Januar 23, 1991. Da war ich nichtmals geboren. Kann ich gar nicht mitsprechen. Kann ich gar nicht mitsprechen. Was? Huch? Hat jemand etwas ganz böse? Na ja, also es ist leider weniger böse. Wollen wir mal verhauen. Welcome. Umgedreht. Also well go. Welcome, well go. Ja, ich komm ja schon. Du lässt mich ja nicht hören. Oh, vorne will ich. Ich möchte nicht aus dem Fenster kommen. Ei. Ja, ich wollte ja die Tür testen. Und bitte macht das Licht wieder an. Sonst bleibe ich hier stehen. Danke. Oh, we save the world. Egal ob wir vorsiedre Damen rumturnen. Es ist ein vorsiedre Damen-Turm-Knopf. Ich dich auch. Äh, man kann irgendwas machen damit. Ganz schwierig. Die Tür auf. Oh. Ein Ball. Das ist gar nicht voraussichtlich. Voraussichtlich. Wobei. Wir haben es geliebt. Es war eine ganze Familie. Es ist gut. Du brauchst nicht zu klopfen. Nein, sie hat es von klein ab geliebt mit dem Ball zu spielen. Er ist Elise. Was ist? Wahrscheinlich meine Tochter, schätze ich mal. Und Moment doch. Ich krieg das Spiel nicht wieder klein. Das hat mich selber fortgestellt. Und ich hasse das. Oh. Hate hat sich selber wieder angelehnt. Ey, Hate! Wieso du bloß? Oh. Leute. Ich hab gesagt nein. Wollt ihr auch mal in die Hände klatschen? Komm, klatschen auf. Geh an. Hab ich gesagt. Geh an. Hase ich schon wieder. Geh an. Ey, yo, Hase. Wie geht's dir? Das war mir gerade mal wieder … Das waren nur geraten. Vielen Dank. Pasch den Lampen hoch. Ich will den Tür auf. Ey, yo, Hase. Oh, der Schrank hat mal wieder geweckt sein. Oh, das ist mir gerade nicht aufgefallen. Oh, das ist auch. Müssen wir erst eine Hilfe leisten? Oder geht's? Da müssen wir erst eine Hilfe leisten. Geben das Seine. Sinn, Sinn, Juhu, Sinn, Sinn. Okay, was hast du gemacht? Madame, was haben Sie getan? Papa, wir wissen, dass du nicht daran schuld bist. Wir hoffen, du kannst bald wieder frei. Wir lieben dich. Bin ich ein Gefängnis für irgendwas? Wo? Wer hat das Okkulte wieder mitgebracht? Samai! Wer hat ein Pack mit Samai geschlossen? Und Lilith. Wer hat den Pack mit den beiden geschlossen? Wer war das wieder? Also Lilith ist ein bisschen was du wolltest. Über 10, äh, über 10, unter. Auch nicht unter 10. Darüber. Erzählen. Aber Samai kann mich grad nicht trauen. Warum muss eigentlich im Liebenspiel immer... ...kultes mitgebracht werden? Als ob es nicht so schon genug Schlimmes gibt. Nein! Man muss ja alles... ...verherrlichen, verschlimmern... Was man sehen will. ...mit Okkulten. Ich denke, es wird einfach weh es in Spielen. Die solchen... ...verherrlichen mit Okkultismus. Und dabei ist eigentlich Okkultismus... ...nicht einmal das Problem. ...nicht einmal das Problem. Und die Leute wissen es hat mir. ...nicht einmal das Problem. Jaaa! Wer ist das? Samaiel oder... ...Lille? Oh, warum komm ich nicht darauf, wer Samaiel war? Oh! 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 Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Oh, 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 oh! Mit Sichtnot weiß ich einiges übersammeln. Vielleicht komm du mir jetzt nicht drauf. Oh, oh, oh. Einmal Ärmel zurecht schütteln. Danke! Es ist alles besser, ob es doppelt und einfach beleuchtet ist. Hallo? Komm! Rippen! Oh! Schlüssel! Ich will hier einen Schlüssel haben! Ich will hier einen Schlüssel haben! Ich will hier einen Schlüssel haben! Silly! Ach ja! Es ist alles besser, wenn alles doppelt und einfach beleuchtet! Niemand da! Ich bin noch nicht finanziell! Ein Kerl machen wir mehr richtig! Oh mein delivers! Ihr könnt Paar trap不會! Das wäre super toll, wenn ich das Spiel mal wieder in klein kriege, oder? Aber es hat sich ja immer noch selber, Taschenlampe geh an, suchst du nicht, bitte schön, bitte danke weiter auf Essen, funktioniert nicht, ich hab's doch gar nicht probiert. Das ist meine Taschenlampe, die funktioniert nicht mehr. Ah, super, jetzt latsch ich hier im Dunkeln rum. Ja gut, Stefan fragt mich auch. Ja, wir wissen dann, ob es so geht. Wäre aber ganz toll. Ja gut, ich weiß nicht, ob es so geht. Ah, ich bin hier. Oh, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Party! Es ist schon wieder... Es ist schon wieder als Fabrikadeel Du kennst den Auge viel zu fällen Ja, das haben wir hier erfanden Ey, hey, warum nimmst du alle Bilder einfach ab? Es ist keiner da Und ich reagiere sowieso nicht auf Leute, die an meine Fenster klopfen Unser Fluch wurde erweitert Gut zu wissen Oh Gott, wir können dich anstellen Oh Danke Danke Wir sind raus aus unserem Tropenrausch Winnen, 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 winnen Irgendwann sind wir auf Sandberger? Sandberger 1, 2, 3 Guck Guck Kann ich verschieben? Oh Ich hab dich nicht gesehen Welcher Shop war das? Wer war hier genug? Kannst du jetzt noch was? Ich check dich mal Oh nein! Ich hasse euch! Wird das wieder so ein Spiel? Wird das wieder so ein Spiel? Ich hasse euch. Ich habe dich schon vorher gesehen. Danke, Madame. Ja, ist gut. Vielen Dank. Du serftest all okay, wie du meinst. Gut. Fertig? Hast du nicht das Beste schon gesagt? Entschuldigung. Ich verdiene das alles? Du altes Hüftelsbruch. Das haben Samahe und Lille nie so zu tun. Da habe ich meine Frau mit oben. Du? Ach, jetzt geht das Spiel wieder ein kleines Fertig. Geh mir da. Ach. Du? Das ist in der Hand. Huh. Das schnappen. Geh an. Danke. Ich habe dich gesehen. Okay. Ja, ich tue es ja. Ist gut. Ich mache es ja. 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 Das Blach hat so verdächtigt. Oder hat uns die Frau nicht was getan? Nicht das unbedingt wie es war. Und dann sie. Wann hast du ein Schloss? Das ist neu. Oh. Oh. Immer da. Da ist ja gut. Ich lasse das mit Kameras. Warum falle ich auf ihre Spiele nur immer wieder rein? Der Akku müssen wir ein Foto machen. Und von dem Flur müssen wir ein Foto machen. Das liegt es unbedingt auf. Wo? Woran diese Enkel? Müssen die Enkel sagen? Ach was? Aus welchem Winkel wird das Bild? Aus dem Winkel? Hm. Okay. Dann kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Warte mal. Mal angucken. Ja. Okay. Okay. Dann kein Wunder, dass es nicht funktioniert. Ich habe dich gesehen. Was ist denn mit dir passiert? Oh. Hey. Das mag ich gar nicht. Ich höre auf damit. Ich kann immer noch nicht rennen. Das stört mich am allermeisten. Ich kann immer noch nicht rennen. Das stört mich am allermeisten. Nein. 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 Das ist Radio. Jo. Ja, danke. Was denn? Kennen wir ja auch. Dumme Frage. Das muss ich mal nachgucken, wenn ich dieses Spiel fertig habe. Ist dieses Spiel von den gleichen Machern, die House on the Hill gemacht haben? Es ist nämlich das gleiche Bild, was wir da angeguckt haben. Und auch der gleiche Hase, der uns immer wieder verfolgt. Das müssen wir mal nachgucken. Oh, das Spiel. Oh, Bälle! Ich habe Angst vor Bällen. Ich habe Angst vor Bällen. Wo bist du hin? Da hinten? Oh, Bälle! Ich sehe dich. Ja, ist gut. Ich höre dein Klopfen. Ich höre euch. Ja, ist doch gut. Guck mal, ich bin auch so am Rappeln. Guck mal, ich bin auch so am Rappeln. Ich bin auch so am Rappeln. Ich bin auch so am Rappeln, ganz gut. Wie man das geht. Da ist der Schillist wieder. Nein, das ist nicht ein welches Instrument der spielt. Okay, kann man ein Foto von dem Schillisten machen? Lass ich mal wieder... Ja, ist gut. ...bewegt. Der Schillist, der wahrscheinlich keiner ist. Oh? Man sieht nichts. Oh, auf die Sette zu bewegen. Hallo? Hallo? Da macht sich mein Charakter einfach mal selbstständig. Hup. Nein, das ist nicht... Ich glaube, man steht hier. Wie ist das? Mach. Woos. Woos. Ich drücke dich. Ich drücke. Ich drücke. Wie ist das? Ich drücke. It's not working, Master. Oh, ich mach den auch nicht an. Bewechstig.